Heeeeya Hier ist der Stopper Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of Duty Modern Warfare Warzone Ich bin der Diebstahl und ich heiße euch Willkommen Ja wir spielen Zombie Royale tatsächlich nochmal Jetzt tatsächlich läuft das Event noch So Wenn ich mich richtig gesehen habe Ist irgendwie einer meiner Gruppe gelandet Aber ich weiß nicht so genau Ich seh keinen Was ist das denn Alle die selben Idee War Naja wir sagen Da flinken wir einmal runter So Komm mit dem Mond gegen das Gas Alle Ziele im Einsatzgebiet eliminieren So Ja auf jeden Fall Natürlich Traumtänzer Sollten wir mal nutzen Das ist angeschlagen Und das scheiße ist das Musst du muss fassen Ja hier ist immer ein Ort eines Todes Hier ist immer ein blöden Tod Hier ist immer ein blöden Tod Hier ist immer ein blöden Tod gestorben Aber ich sterb ja häufig in dem Spiel Das ist wie blöd Also von daher Hier ist natürlich wieder kein Seidenstimmgewehr Brauchen wir nicht So Hör mal auf Und laden hin mit allem Kram Naja also ich glaub das wäre gar nicht mal so schlecht Ob mir im Fall der Fälle hilft Das hab ich nicht Ich muss überhaupt hinten Die Zone ist eigentlich in die Richtung So So Wie im Platz 84 So Hier sind Quads Kann ich sie brauchen? Ich weiß nicht so genau Genau Natürlich kein Ding ist dabei Was will ich nie haben So ne Scheiß Mission Die zieht dann alle Leute an will ich ja nicht Aber ich hab ja auf jeden Fall ein bisschen was zusammen Da sind wir noch locker in der Zone Da sind wir noch locker in der Zone Nämlich nicht haben Ach Scheiß man kann ja gar nicht sehen Durch das Oh ja den ich auf jeden Fall mit Oh Mal gucken ne Immerhin lebe ich Immerhin lebe ich Immerhin lebe ich noch Bei mir geht das immer zu viel schneller als ich sterbe Achso Die mit überdehe ich ganz ehrlich Oh Das ist ja noch besser Das ist ja noch besser Noch kein gesehen Noch kein gesehen Okay Okay Unbemerkt bleiben auch nicht schlecht finde ich Also Hab ich aufmerksam gemacht auf mich und ich hab ja nicht getroffen Also von daher Fällt mir nicht Fällt mir nicht W- Was ist das? Hau ich Habt Glück gehabt hat er mir doch gesehen von hier aus drunter unten ich kann mir in meiner nähe auftauchen bei der ist tot als zombie ist gestorben was ist denn da haben die wieder so eben so was haben wie beim letzten mal neben mir einfach ich habe einen neuen Spontus Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Oder? Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Ach, verdammt. Was ist denn ich? Ich hab ein Problem. Ich hab ein großes Problem eigentlich, weil ich keine Munizierung mehr habe bald. Fünfzig ist nochmal tief. Mission fortsetzen. Ah, scheiße. Wir, wir haben uns hierhin erwischt nochmal, ey. Wir haben hier noch ein paar Mal erwischt, den Typen, ey. Ach, scheiße war das. Wir verzehren die Überreste der Toten, um wieder Mensch zu werden. Was für ein Mist ist das gewesen, ey. Jetzt ehrlich. Ich hab die ganze Zeit auf den geballert, ey. Ich hab den immer wieder getroffen und der ist nicht gestorben. Das kann doch nicht wahr sein. Gut, der war so tot. Ich weiß, aber... Ach, das ärgert mich. Nein! Da kann man die Nanglo ran, ey. So ne Scheiße. Platz 38. Na ja. Okay. Hätte das lieber rausgehen können, ne? Na ja, da kann ich mir einer erwischt. Also, würde mal sagen, ja, war okay. Letztendlich. Hätte natürlich viel mehr sein können, aber na ja. So, nächste Runde. Diesmal spielen wir nochmal. Battle Royale mal wieder. Ja, heute mal ein bisschen Abwechslung. Heute mal keine Zombies. Hatte eh nicht funktioniert mit den Zombies leider eben. Das war ziemlich schlecht, aber... Weiter geht's im Leben. Habt die Post. So. Komplette Karte haben wir. Ja, hab ich natürlich noch gar nichts. Diese Events, aber mach ich mal ja auch nicht wirklich. Das hängt mir auch nicht wirklich so was. Aber wir wollen. Wollen wir mal ne machen. Da hinten wollen wir hin. Da hinten wollen wir hin. Ganz weit weg. Wie immer. Okay, machen wir mal ganz weit fliegen. So, ich glaube hier fliegt auch keiner hin. Da hinten. Mein feindliches Team jagt dich. Jetzt ernsthaft? Wäre ich so gejabt? Ey, was ist das denn? Ich bin mir nicht mehr gelandet. Was für ne Scheiße ist das denn? Das ist ja voll scheiße. Wäre ja noch gejagt, das wäre ich von jemandem. Oh, hier kann man gut landen. Landebahn. Ziele sind markiert. An die Arbeit. Na, Hauptsache überhaupt ne Waffe, ey. Das ist ne Scheißwaffe, aber ne Waffe ist Waffe. Will er hin hin? Scheiße. Fällt wieder der Zug rum. Da bin ich wieder tot. Munition. Wir sind jetzt mal ab vom Schluss gekommen. Wir sollen nur was essen. Über uns. So geht's dir hoch? Was soll ich damit? Na ja, vielleicht kann ich damit jemanden erwischen. Schampflinther. Ich glaube nicht, dass er jetzt die Jagd auf mich macht. Das ist mir zu weit weg. Das macht doch jetzt keinen Sinn, da hinzulaufen. Ganz ehrlich. Oh, du bist aber auch weg. Ich bin übrigens auch weg. Da ist einer gelandet. Oh, hier. Nimm lieber die, ganz ehrlich. Messer? Was für feiner Witz ist das denn? Na ja, das ist ja cool. Ne Kilo hab ich jetzt erhalten. So, obwohl ich nix gemacht habe, die Prezisionsluftslöck. Sollte man wieder mitnehmen, hm? Wäre vielleicht ne Idee. Hilft mir der? Ne, wahrscheinlich nicht, aber... Geschenkt. Wir leben noch. Ähm... Will das jemand abend? Doch, da sind wir noch aktiv. Können wir Waffen mal ein bisschen aufstufen. Da hätt ich im Nachfall gerne so ein Raketenwehr... so ein Schafstützengewehr da so dabei. Ähm... Und da kommen wir da hoch. Kommen wir da hoch. Kommen wir da hoch. Kommen wir da hoch, verdammt. Hier gehen gar noch keine Treppen, hm? Kommen wir noch gar nicht hoch? Doch, da, hm. Ich hab' ich hier oben. Kommen wir da hoch. Ziel aktualisiert. Diese Position sicher! Okay. Ah, das ist ja so ne Scheiße, warum muss ich da jetzt so weit laufen? Da bin ich ja abgeprallt beim Bordstein, ey. Wie gehe ich dagegen? So. Könnte halt mal nicht stehen bleiben. So. Bring nochmal Erfahrungspunkte und vor allen Dingen ein Level für die Waffe. Da kann man den vielleicht auch mal nutzen. Deswegen mal mehr Missionen. So, ich hab's jetzt gewehrt und so wäre ganz cool, wenn man da noch was hätte. Aufklärungsdaten gesichert. Gut gemacht. Kampflunte. So. So. Mal hier. Hä? Nur bei mir. Warum ist das in Ordnungsscheiße in dem Spiel? Das klingt immer so, als wäre das direkt neben einem. Äh, das ist voll scheiße in den Spielen. Hab ich schon. Schaltdämpfer MP. Wie? Wie? Ah. Wir sind eigentlich gut ausgerüstet. Sachen Muni. Äh, was können wir noch machen? Zeit laufen. Ich will keinen laufen. Ich will keinen Wettbewerb machen. Nehmen wir den. Gehen wir da hinten hin. Wer ist denn das? 500 Meter. Oh Scheiße. Ich muss ja hier raus, verdammt. Hier muss ich doch raus, vorne. Scheiß Ort, um vorne rein rauszukommen. Aber naja. Okay, dann neben mir. Ab Räune, Ausrüstenlieferung. Bin ich niemals sicher, ob ich die brauche. Klar, kann ich hier hingehen, um da vielleicht jemanden aufzulauern und zu wissen, aber... So. Geht ihr da können? Ich bin doch am Leben. Habt man keinen gesehen, aber wie immer, ne? Das ist ja... Ich sehe meistens keine in dem Spiel. Meistens bin ich dann einfach tot. Hahahaha. Was ist das denn? Der war ziemlich nah. Hier ist auch einer in der Nähe. Hier ist auch einer in der Nähe. Ich weiß nicht, wie Zombies, ey. Das Glas nähert sich dir. Feindliche Drohne über uns. Okay. Nehmen wir mit. Hm. Keine Artwerfer. Der wurde ihn weggesnappt, ne? Ne. Der ist er noch. Der ist er noch. Ach. Uh, hab wieder Glück gehabt. Dylan. Diesmal nicht. Diesmal ist er tot. Aber letztes Mal ist mir so scheiße passiert, ne? Mit zwei Leuten, die mir beide mit dem K.O. wieder erledigt haben. So ein Pack konnte man nicht haben. Äh, was mir da passiert ist. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Die Feindliche Drohne über uns. So. So. Der Feindliche Drohne über uns. So. Feindliche Drohne über uns. Ich seh da keinen, ne? Ich seh da keinen. Also irgendwas ist hier auf jeden Fall. Ja. Platz 35. Ja. Platz 35. Da war noch einer. Da war noch einer neben mir. Scheine Scheiße. Ach. Ach. Der war noch. Verdammter Mist ist das unnünzige Laufen, ey. Und ich jetzt ne mit der Schoss. Hahaha. Scheiße. So ne Scheiße ist das, ey. Aaaaaaaaaaah. Zum Kotzen. Aber das ist, naja. So wie dran Kumpel, mach dich bereit. Also Rudel ganz, ist ganz okay. Uns jetzt nicht. Ja, wir sind Platz 25. Vier und zwei. Wenn du diesen Kampf gewinnst, kehrst du zurück an die Front. Aber wenn du verlierst, war's das für dich. Du bist dran, Soldat! Zeig dir diesen pfist Kerl, wo der Hammer hängt! Der lebt noch? Was? Also! Also! So! Andere Kraft! Können wir den Landwehr da wieder? Wo der war, das ist ja nicht so geil. Scheiße! Feindliche Drohne über uns! Das Gas breitet sich aus! Ja, keine Chance gehabt, ne? Noch 25 waren übrig! Wir haben verloren! Aber wir haben nichts mehr! Was, ich wurde angezeigt auf dem neuen Dingens? Kann ich sein! Ich wurde auf dem Dingens? Ich wurde angezeigt? Das war aber nicht so geplant! Na ja, Plan 21! Na ja, okay! Ich fiel so in die Wunden! Die Wunde war so ganz okay, muss man sagen! Ich hab's in der letzten Zeit liebens schlechter als das jetzt, aber... Na gut! Nächste Runde wartet! So! Wir spielen jetzt! Warzone! Also... Deathmatch! Team Deathmatch! Team Deathmatch! Genau! Der Feind nähert sich! Die Planen und hält sich an! So! Ja, mal gucken, ne? Wir haben zwar ein Team, aber natürlich spielt jeder, wie er will! Hahaha! Ja! Er hat mal keine Party, mit der er mal zacken könnte! Mit mir will keiner spielen! Das kennt man ja! Das Problem ist, ich bräuchte eigentlich ein Scharfschützengewehr! Also ein Scharfschützengewehr mit, äh... Tarmalsicht! Da könnte ich mir mehr an! Weil auf der Entfernung liegt das halt gar nix, ne? Ist das Problem! Kampbesser oder so, ja? Ich habe keine Ahnung! Ich habe keine Ahnung... Wir haben die Kontrolle! Wir sind in Führung! Ja! Was, der hat mich gesehen? Jetzt ernsthaft? Der hat mich gesehen mit den neuen Dingens? Das ist ja krass. Nein, wir nehmen mal eine andere Waffe, wir nehmen mal, was nehmen wir denn da? Schaffst du das Gewehr, oder? Am nächsten Mal. Ja, ich hab's ja noch. Ich hab's ja schon, na? Das ist ja gut. Dass der mich gesehen hat, ich hab den nicht mal gesehen mit Dingens. Ich bin überhaupt nicht, ich bin überhaupt nicht gut, ich brauch die sch***e Aussicht. Wir haben die Führung verloren. Hab mal, hab mal eine Sist, hab damit was erreicht, ey. Sieh nicht mal. Du hast die Führung verloren, Soldat. Jetzt treff ich den nicht. Ich treff den nicht. Ja, warum reden nicht in Deckung? Ich seh das doch. Wir sind zurück. Ich hab den doch gesehen, aber ich hab den nicht getroffen, den einen, ey. Was den nicht? Scheiße. Ich muss halt üben, ne? Das ist halt die Sache, weil ich spiel zu selten Schafssätze. Ich mein, hab ich verbessern meine Waffen mit dem Sist. Ich mein, hab ich verbessern meine Waffen mit dem Sist. Ha, wenn man so schnell den Fallschirm ziehen kann ich auch hin gesandt. Wir haben die Kontrolle. Wir haben die Kontrolle. Wir haben die Kontrolle. Aha, lass uns schnell weg. Das ist eine Scheißposition. Das ist eine Scheißbusy. Ich bin so flackiert. Ich seh keinen. Das ärgert mich. Ich bin Schafsschütze und seh keinen. Ich sehe natürlich auch perfekt hier rum, ey. Ah, das war ja... Fertig am Tag. Ah. Hab mehr wiss. Geiler Scheiß. Hab meinen getroffen, ey. Jetzt ist ja... Bessere. Geiler Scheiß. Ey, gut. Um Waffen auch zu leveln. Gern genommen. Super. Da sollten wir mal ein bisschen wieder in Deckung bleiben. Ja, das hat... Leg deinen Zahn zu. Bleib nach. Ich übernehme das Steuer. Ich übernehme das Steuer. Ich übernehme das Steuer. Ausgang Beschuss! Werfe Granate! Gut. Was soll ich da sagen? Ne. Wie auch hier. Gehen wir. Uh. Nein, aber gar nicht mal so schlecht positional. Nein, wir haben ja richtig. Alle werden ja nicht mehr abgeräumt. Fünf Abschlüsse mit der Waffe. Wechsle das Magazin! Wechsle das Magazin! Wechsle das Magazin! Ah, kriegt ihr nicht! Wo kann ich denn die Waffe? Ich muss davon gerade reden. Obwohl ich mich... Ich hab auch sehr viel Munitionskiste gehellt. Uh, Kuckellage, gefährlich. Das ist aber wieder klassisch. Ah, bewegen jetzt die Treppich mit der Erklange nicht. Da haben wir noch nicht so raus, die ich doch verhalten muss. Scheiße, ich wurde erwischt. Die hab ich gesehen. Ja, das war natürlich mein Scheiße. Aber geil, so schlecht jetzt die Runde, muss man sagen, hab ich jetzt gut gespielt. Also, für meine Verhältnisse war das gar nicht so übel. Da kann ich wissen. Ich kann fahren. Ich kann fahren. Ich bin jetzt mal gleich zehn. Ja, kommen wir ja nie rüber. Alles gibt's ja nicht. Naja, war aber okay, muss man sagen. War okay. Fünf zu... Fünf zu... Fünf zu zwei, drei war was ich jetzt habe, ne. Sonst eigentlich lief jetzt gar nichts. Aber ich hab jetzt fünf miteinander. Ja, wüsst, das war gar nicht mal so übel. Fass ich. Also... War da vorne bei dem Stein. War ein anderer Stein glaub ich, aber... Kann mich gar nicht bei dem aufschützen. Leider bringt mir nix. Wir liegen in Führung. Das ist Scheiß-Position. Nicht schlecht. Weg ihr! Wir liegen nach oben, aber wir sind nicht draus. Na los! Warum haben wir den getroffen, sag mal? Hab ich das zu niedrig gehalten, oder was? Ich weiß es nicht mal. Ich hab kein Feedback gehabt über die Waffe, ey. Meine Güte, du Scheiße. Weil keiner wüsst. Äh, wo will ich denn hin? Nehmen wir einen woanders mal hin. Verloren, schade. Na ja. Das war's. Zurück zur Basis. Na los! Haben wir verloren, aber... Jetzt... Wir haben sind völlig... Weil... Letzter Abschluss? Jetzt ernsthaft? Ne, doch nicht. Ne, war ich doch nicht. War ich doch nicht! Hab ein bisschen was gemacht. Na ja. Ja, 5 zu 4 am Ende. Na ja, meine positive Quote ist ja auch selten im Spiel. Na gut. Das wird dein Gewissen sein. Mit Call of Duty Wars und für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß daran. Denkt wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen und auch an die Glocke. Damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt daran, wie ihr folgen könnt auf Twitter und auf Facebook. Damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht und was Neues gibt. Ihr könnt mir beitreten. Dem Discord-Server. Zum Quatschen, Kennenlernen, Spaß haben, Mitspielen, Mitmachen, Mitgestalten. Deutlich fand ich immer alles was Neues gibt und noch viel viel mehr. Alles verlinkt in der Videobeschreibung und ich sag danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.